Und ein herzliches Willkommen zurück bei Nier Automata mit von Nier Gameplays als Hobby. Das bin ich. Und zusammen sind wir hier schon in dieser Wüstenstadt, Wüstenwohnungen oder wie auch immer, wo die Menschen angeblich früher gewohnt hatten und das sieht ganz schön wüstig aus. Ja, wir machen mal da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich hier hinten. Rennen funktioniert hier nicht so gut. So, und der rote Fleck auf der Karte verrät uns, wo wir hin müssen, nämlich hier hinten hin. Wieso können wir überhaupt reden? Die anderen können es ja auch nicht. Okay. 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 Belegungstempo plus 3 erhalten. Gibt sie denn noch mehr? Da. Todesheilung plus 1. Okay. Ein bisschen extra hast du so gesehen. Oh, die Musik hat aufgehört. Hier passt sich gleich was. Oh, wo sind wir denn hier? Okay. Ah, sieht nach einem weiten Weg zum Kämpfen aus. Und überlegen diese Androidenleichen. Das... Und hier liegen sogar noch viel mehr. Okay. Bitte was? Ist er mir hier bei einem Porno? Eine Robo-Porno. Ja, ja. Warum bin ich schon wieder fast tot? Hallo, ich bin weg. Ich sollte mich lieber noch mal heilen. Irgendwie habe ich gerade echt gehangen. Schauen. Wow, warum sind wir so viele? Okay. Na super. Was ist das? Äh, das ist ein ... Äh ... Ändroid? Nein, das ... Das ist ein ... Okay ... Wann? Stufe 1 Ah ... Ah ... Ah ... Ah ... 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 2B! Das ist ein Gehirn. Wir werden den Gehirn wiederholen. Ah! Oh! 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 Das war's für heute. bitte was gibt es nicht irgendwie so einen schnellknopf oder so was damit man das hier machen kann so ich hier 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 Oh, sie kann man echt schön rumhüllen. Probe neu, yeah! Wenn er androidisch ist, wir können bluten. Ist das überhaupt blut? Haha. Eh? Hm? Okay, so sie dürfen mal rennen. Ich muss aber schnell hier. Oh! Ja, ich stelle dir das Stengen, die gesandt. Haha. Ich dachte. Wenn du hierher gekommen bist, dann ist es okay. Was ist denn... ... dass dieser Elektronik? Ich habe nicht gesehen. Wir müssen nach dem Anruf anrufen. Okay. Als sie nach dem Roboter-Porno, den wir gesehen haben, können die wohl selber Kinder kriegen und Androiden schaffen. Ich weiß auch nicht. Was? Beziehungsweise, die haben... ... die ... die ... die ... die ... Wir müssen uns in die Androiden, die ich spiele. Wo ich die eh gedrückt habe? Tatsächlich. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe die Karte geöffnet. Ich habe die Karte geöffnet. So, wir gehen abmal wieder dahin zurück, wo unsere Hauptaufgabe uns hinführt. Dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben uns beide geholfen und geholfen. Vielen Dank. Ah, ihr habt ja. Es ist nicht zufrieden, aber wenn du etwas in der Nähe gehst, dann gehst du hier hin. Gehen wir was? So, da kaufen wir uns doch mal direkt hier wieder... Einige so Dinger. Lass dich mal wieder blicken. So, wir können speichern. Wir sind in der Nähe eines Speicher-Dick-Geräts-Ding hier. Und würde sagen, das war es hier mit diesem Teil. Immerhin haben wir jetzt diesen Androiden einmal bezwungen. Leider wieder einmal gestorben. Mal schauen, was es auf sich hat. Das ist ja schon irgendwie eigenartig. Ich meine, die ganze Szenerie war eigenartig. So ein Robo-Porno habe ich ja auch noch nie gesehen. Vor allem Liebe, Liebe, Liebe. Und der bummst die andere Maschine. Keine Ahnung. Irgendwie waren die so ein bisschen gestört. Ich weiß ja auch nicht. Und dann machen sie da so einen Androiden irgendwie aus sich. Ich weiß ja auch nicht. Keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Da bin ich echt mal gespannt, wie die Geschichte das erklären will. Falls ihr das erklärt, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr seid bei uns das nächste Mal auch wieder mit dabei. Und ja, das war Nierer Automata mit von Nierer Gameplays als Hobby. Also mit Nierer. Und wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und auch ein Abo, damit ihr nichts weiter verpassen müsstet. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bei dem nächsten Teil. Beziehungsweise auch bei einem anderen Let's Play. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite. Und tschüss. Vielen Dank.